Ich sag, pass auf, Mädels, ihr könnt das hier auf die ganz harte Tour haben, oder aber, ja, die wollten direkt oder aber, ja, Freunde, das war eine schwere Zeit für mich, in der Reha, das ist schon blöd, ne, wenn du so im Sommer einschläfst, im Winter erst wieder wach wirst, beim Oberarzt schon, hey, du, das ist das, was ich meine, Freizeit ist strecks, Freunde, und sogar noch ungesund, wie beim Rauchen früher, ne, früher war ja Rauchen, große Freizeitverschäftigung, oh, Blüppchen, Jetzt dürfen die alle nicht mehr rauchen, stehen die alle in der Kneipe und Quatsch, blablabla, früher deine Uhr, blablabla, blablabla, ich sag, Rauchen, ja,